ja hallo und herzlich willkommen zu unserem wochentalk hallo seinox 9 wir sind in der nummer 57 und das sommerloch ist glaube ich jetzt voll und ganz eingetreten jedenfalls bei uns bin kurz davor sondern mal ein paar wochen in den urlaub zu gehen und du hast schon ferien news haben wir heute keine also es gibt 12 unbedeutende sachen so irgendwie aber ihr wisst wir bringen euch eigentlich nur die wichtigen news oder versuchen jedenfalls alle wichtigen news immer zu bringen und außer so was was jetzt über dem spiel bezüglich ist microsoft service weiter vorgestellt auf der keynote war jetzt nicht unbedingt so viele news für spiele von daher gibt es nicht so viel zu tun zum glück hat wenigstens jemand einen kommentar hinterlassen zuerst haben wir zwei kommentare und ich würde jetzt direkt auf kommentare gehen und zwar hat the superman geschrieben dass er guten wochentalk hat er gesagt und er hat geburtstag herzlichen glückwunsch nachträglich zu dem kommentar der gleich zwei fragen gestellt von drdrache 2 2 2 1 er meint er fragt meint ihr die gamescom könnte untergehen weil nintendo microsoft nicht dabei sind mit der microsoft als die beiden größten die nicht dabei sind ich denke untergehen ist ein bisschen zu übertrieben ich glaube nicht dass sie so unbedingt viel schaden davon nimmt ja also ich meine das habe ich auch schon letztes mal gesagt was hätte denn microsoft groß gehabt microsoft hat dieses jahr sich jetzt eher zu konzentrieren auf windows 8 auf hardware interne sachen und die xbox ist eigentlich sehr im hintergrund dieses jahr oder also die ins nächste jahr hinein guckend wir haben surface was ich ja schon gerade benannte jetzt noch näher vorgestellt was um weihnachten herauskommen wird auf der xbox gibt es nur dieses smart glass quasi und an spielen gibt es forza gears of war fable the journey vielleicht und halo das neue gears of war okay gut da war die frage ob man das wirklich sehen würde das ist sozusagen dasselbe wie immer und die microsoft bude war in den letzten jahren sehr beständig von kinect und ich muss ganz ehrlich sagen ich denke nicht dass da so viel wegen nicht kommen nintendo ist schon ein bisschen größer dadurch dass man sich viele geofft haben dass man die wii u sehen kann spielen kann gut ist eine entscheidung ich denke da werden 12 möglicherweise dann nicht kommen aber die games kommen wird nicht untergehen weil zwei nicht kommen und es kommen ja mehr als die beiden nicht aber es gibt noch genügend groß ich meine ea und activision kommen allein die werden bestimmt wieder eine ganze halle voll machen alleine wie letztes jahr wo einfach ihr eine hälfte der halle hatte die hatten wirklich eine ganze hälfte und sogar noch mehr sony sony kommt auch und ich meine auch die ganzen kleineren aus deutschland die silva thq ist ja nicht kein deutsches jetzt aber ja aber ich wollte einfach mal groß ja genau die silva kochmedia aus deutschland mit ihrer schätze ich mal normalen bude mit denen sie immer da sind haben auch ein viertel der halle oder nicht ein viertel aber so ein größeres stück der halle befest da ist auch da idos ja also ich denke das ist ja es 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 ist ja natürlich ubisoft hat auch sehr sehr viele möglicherweise wird man noch was zu ihr spiel auf der auf der ubisoft bude sehen wer weiß ja also und ja von microsoft werden auch andere spiele bei dem partner sehen also spiele von nehmen würde keine microsoft spiele sehen aber ich kann mir gut vorstellen dass die titel auch da sein wird also halo wird nicht unbedingt bei ea rumstehen aber nee aber ich denke mal von epic wird ja wahrscheinlich da sein jetzt hat die frage ob epic weil das ja das wird ja von microsoft gepublischt jetzt vor allen years of war epic hat ja selber keinen eigenen anstand das ist ja die sind ja kein publisher also ich denke nicht dass sie untergehen wird nein ich denke dass ein zwei leute sagen werden ich komme nicht weil ich gerne die neue konsole von nintendo sehen wollte weil ich gerne halo 4 spielen wollte aber ansonsten wird da kein großer einbruch sein es wird letztendlich sogar positiv sich auswirken weil nicht so viele kommen weil letztes jahr war es ja am wochenende dann doch overkill so ein bisschen also von daher denke ich nicht dass es untergeht ist ja auch fast was schönes aber für die besucher natürlich nicht gut für die industrie also für unsere industrie gut aber nicht für die besucher ja ich meine es spart auch irgendwo microsoft und nintendo geld da kann man natürlich auch immer als faktor sehen so haben die irgendwie geld note oder was aber das denke ich eher nicht sie haben einfach eine markenstrategische entscheidung von bringen nutzen nach den großen ea das große pressekonferenzen die heute tag fast jeder guckt auf der e3 ist diese anspielmesse gamescom sowieso die frage weil der wird ja nie groß angekündigt die ist ja wirklich eigentlich nur zum anspielen da also ich denke die daseinsberechtigung bleibt trotzdem zur zweiten frage und zwar fragt er ob wir was davon wissen dass der portal 2 editor für konsolen rauskommt nein weiß ich nicht habe ich nicht von gehört ich könnte es mir vorstellen dass es rauskommt für konsolen aber ich glaube eher nicht weil ja ich meine ich kann es mir nicht vorstellen momentan sind ja eigentlich die ganzen modprogramme und alles immer für für pc nur draußen die selten sind die editoren auf die xbox und für die ps3 draußen was denkst du da eher nicht also naja was ist er nicht aber vielleicht aber es ist auch nicht so wichtig für wer würde ich mal sagen ja so genau das ist ich denke die meisten werden portal 2 auf dem pc haben sogar für ps3 können ps3 könnte ich mir vorstellen dass es wenn es ich weiß nicht ob es verfügbar ist aber wenn es verfügt noch nicht verfügbar ist können sich vielleicht mit dem steam workshop also karten runterladen kann auf der ps3 dass man karten runterladen kann kann ich mir vorstellen bei der ps3 weil die kann ja auch koop spielen aber die hat man ja die tour auf der konsole hat das ist die frage ja wie gesagt es könnte sein könnte also ich denke nicht dass der noch rauskommt oder oder rauszukommen ist einfach weil es hat zumindest keine priorität für welt würde ich mal sagen auf der konsole ja genau hier ist es auch sehr gut ausgedrückt vielleicht arbeitet ein oder zwölf ist ja sehr offen vielleicht arbeitet ein oder zwei leute jetzt mal drin weil die es gerade mal geil finden das auf die konsole raus zu hauen die praktikanten aber ja bei welf darf man relativ frei an seinen eigenen projekten arbeiten die waren ja das ist ziemlich cool wenn man zeit hat so nebenbei nee auch als hauptprojekt auch als hauptprojekt ja ich meine ja das ist eh super welf ist einer der drei entwickler wo man eigentlich arbeiten will also selbst ich habe mit einigen gesprochen ähm letzten herbst mit mit einigen entwicklern gesprochen die auch so meinten so ja so epic und welf das wären schon so die studie ist man eigentlich hin will so ich arbeite hier nur weil ich einen job hier bekommen habe so in etwa ähm gut lass uns zu unseren wochenreleases kommen ist rausgekommen guantum conundrum für den pc und für den pc auch rausgekommen sind meyer civilization 5 gods and kings schönes addon da wird ja nichts nicht viel zu gehen weil es eben nur ein addon und es ist ein kleineres addon ist es noch nicht es ist zwar mehr als ein dlc aber es ist noch nicht so groß wie die addons früherer tage aus den guten alten zeiten wo man auch sowas hatte wie age empires 2 the conquerors oder warcraft 3 the frozen throne das oder stark of good war das sind ja massive erweiterung specks ja ähm stronghold stronghold 1 das addon und so massiv erweitert das jetzt nicht aber ähm wer viel sind fünf spiel kann man nichts falsch machen ja und anders auch noch das muss man dazu sagen ein richtiges addon was man kaufen kann äh und nicht nur ein kurzes dlc sondern eben es ist ja auch ziemlich umfangreich also für den ja es ist umfangreicher als dlc aber nicht so umfangreich wie heißt die addons besserer tage ja naja wir steuern immer weiter auf battlefield premium zu für alle spiele ja beim spiel was ich richtig mögen würde wäre battlefield premium eigentlich gar nicht so schlecht obwohl ja da hast du eigentlich recht da hatten wir schon mal das war und das war für premium ist gar nicht so schlecht ja für die analyse dazu guckt ihr den e3 talk bitte genau und zu gewandern können dann habt ihr ja schon versuchts gesehen und ähm das war es auch schon heute dann möchte ich nämlich noch einen heads up geben was in den nächsten wochen passieren wird ich habe schon gesagt ich bin äh bald unterwegs und nicht mehr wirklich am rechner beziehungsweise nicht mehr mit meinem gesamten equipment unterwegs so dass ich äh denen dann keine videos machen werde äh zwei drei wochen lang in den ferien beziehungsweise in den ferien ist für uns für mich in zwei wochen ähm von daher haben wir uns entschlossen da hazardous cause let's play hoch zu stellen ich weiß einige von euch mögen möglicherweise keine let's plays und ähm wenn ihr es nicht wollt brauchst du euch nicht angucken es ist nur ähm sei mal so unsere geste zu sagen hey ja ich wir möchten euch nicht ganz auf dem trockenen sitzen lassen aber ich weiß ganz genau selber dass das nicht unbedingt der content ist den wir eigentlich machen und das wird auch nicht zur gewohnheit kommen dass das immer let's plays gibt aber ich denke es ganz schön für für die zeit wo keiner von uns wirklich was machen kann wo ich weg bin wo du dadurch dann auch nicht was machen kannst weil ich immer noch die sachen schneide ähm ja und ich bin ja auch nicht die ganze zeit da ich hab jetzt auch frei ja du bist ja du genau du bist ja du bist ja auch ähm ich mache jetzt keine große reise wie du aber ähm ich bin ja auch es gibt ja verwandte und freunde im näheren umkreis die man auch mal wieder länger besuchen will eben genau und ich denke auch äh da ist das sommerloch auch ganz schön mal auszunutzen zu sagen okay wir machen auch mal zwei wochen lang eine pause ich werde noch versuchen ähm quantum conundrum test zu machen dolly pop chainsaw wenn ich dann nicht mehr rechtzeitig fertig werde werde ich einen test schreiben und dann werdet ihr sehen wie schlecht meine schriftliche leistungen sind aber ansonsten keine sorge kaiser du wirst nicht zu sagen ich werde die größten rechtschreibfehler du wirst drüber lesen dass ich bräuchte dich für deutschklausuren und grammatik das lese ich noch mal korrektur ich bräuchte dich ich wollte gar nicht lesen was in irgendwelchen seiten beschreibungen als wir die seite aufgebaut haben auf irgendwelchen prototypen wo kaiser die beschreibung für zum beispiel die medaille geschrieben hat ihr wollt gar nicht wissen wie das klang anfangen abärmlich ähm dann kommt noch ein test ein test zur kind zu zwei von still serious der kommt auch noch in den nächsten tagen da haben wir auch noch mal gesondert zu unserem sommer gewinnspiel ein gewinnspiel das kann ich jetzt schon mal ankündigen also das sommer gewinnspiel macht uns übrigens sehr viel spaß wollte ich auch noch mal sagen ja macht uns sehr viel spaß und ich sag noch mal wenn ihr das jetzt hört und noch nicht mitgemacht habt macht mit aber gebt euch zu erkennen ja weil ich sag mal so so viele frauen haben wir nicht die uns zuschauen gebt euch also zu erkennen nutzt am besten dieselben namen wie ihr auch in den kommentaren hier nutzt dann wissen wir auch wer wirklich die personen sind die echt sind und nicht nur irgendwelche leute sind die irgendwas gewinnen wollen und dann sowieso überhaupt nicht wissen auf welcher seite sie eigentlich sind oder vielleicht doch mal abstauben wollen weil sie wissen ja natürlich die fünf mal abstauben wollen und ich meine wir haben sicherheitsmaßnahmen gegen fünf mal posten die können aber auch wie alle sicherheitsmaßnahmen überlistet werden natürlich von daher wie gesagt also wenn ihr schon mitgemacht habt dann natürlich super dann auch hoffentlich unter dem namen den wir euch möglicherweise kennen wir haben auch eine steam gruppe und facebook das heißt darüber können ja auch namen abgeglichen werden sei mal obwohl ich auslose will ich natürlich trotzdem nicht dass irgendjemand zehnmal gewinnt der überhaupt nicht die seite verfolgt der einfach nur gewinnen will und danach aber ebay die sachen verkauft und ich rede mich jetzt schon wieder in rage weil sowas kotzt mich tierisch an wenn die gewinnen nicht bei denen ankommen die sie verdienen sondern bei irgendjemanden der sie verkauft das bringt nämlich uns nicht das bringt euch nicht und ich glaube auch wir werden das im nächsten jahren ein bisschen anders veranstalten aber ich würde auf jeden fall wieder machen das gewinnspiel wird dann aufgelost nachdem ich aufgelost 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 aufgelöst nachdem ich aus dem urlaub zurück bin übrigens also könnt ihr noch lange lange mitmachen noch lange kommentare schreiben habt euch also noch ein bisschen geduld da und das war es auch dann jetzt ich sage tschüss und wir sehen uns nächste woche noch einmal bis zum nächsten mal tschüss wir sehen uns nächste Mal tschüss